Jo, willkommen zurück. Hallo. Und weitergehen. Ich hoffe, meine Stimme ist okay. Ja, so. Ja, ich denke schon. Oh mein Gott. Lecker. Ich bekomme direkt Hunger. Alter, was macht der denn mit dem? Der isst den auf. Der snackt den. Der hat Ausschlag. Sieht man. Deutlich. Ist, glaube ich, ein Boss. Kann das? Ne, ich hoffe nicht. Oh, der ist sehr groß. Das sieht sehr stark aus. Ey. Der hat mich so auch noch weggeschossen, ne? Der ist echt krass. Ich brauche voll ins Gesicht, ey. 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 Warte, ich werfe ihn ab meinem ins Kino rein und dann... Ich mach mal die Frau tot. Oh, fuck. Hilfe. Ich brauche. Lol. Boah. Was für ein Penis. Einfach nur ausweichen, die sind ja total hohl. Warte, geh du von... Scheiße, Mann. Geh du von vorne, ich geh von hinten. War ja klar, dass du wieder von hinten ran willst. Boah, wieviel EP? Geld. Ach, 94, geil. Allerdings hätten die auch die, ähm... Die Dings ein bisschen realistischer machen können, die Schnittwunden, finde ich. Das stört mich sowieso in vielen Spielen. Achso, ja, okay, ja. Wahrscheinlich zu... Das ist zu teuer. Ja. Ich kann da den ermüdenden Stock upgraden. Oh, cool. Upgraden. Weißt du, wir geben einfach das ganze Geld für Scheiße aus. Ja. Bauplan genagelt. Ich kann irgendwas machen. Modifizieren. Ich will auch einen Bauplan nageln. Achso, ich kann meinen Stock nageln. Achso. Der Rumschaft freigeschaltet hat. Freigeschaltet. Wo denn? Wo kannst du den... Ich hab die Mazda gar nicht. Ich schon. Guck mal, guck. Siehst du meinen Stab? Guck dir meinen Holzstab an. Boah, geil. Siehst du den? Ist der lang. Ja, ja. Guck dir meinen Riesenstab an. Oh. Ich will auch so einen haben. Funkspruch. Boah. Was haben die denn für ein Problem? Ich tu denen noch gar nichts. Krass, ey. Ich glaube, wenn die auf dem Boden liegen, trete ich nur noch rein. Boah, bist du böse, ey. Warte mal. Tewa Taschenland, du? Genau. Oh, nein. Oh, nein. Mach zwar nur 15 Schaden, wenn ich rein trete. Wird sogar angezeigt, ne? Ist, äh, ja. Echt? Ist aber irgendwie auch cooler. Wenn man mal zwischendurch reintritt. Hallo? Geil, ich kann über die Theke treten. Aber warte, da kommt einer von links. Ich habe ihr ein Messer ins Gesicht reingeworfen. Gib mir meine Sachen wieder, danke. Und? Das Geile ist, mein Fuß nutzt nicht ab. Komm her. Komm her, Weif. Ey, die hat mein Messer. Ja, der ist immer noch im Gesicht. Kannst du dir holen. Ist immer noch im Gesicht. Aber ich glaube, das Gesicht ist in der Wand. Oh, ich hatte voll wenig Energie. Ich muss noch mehr snacken. Fuckt. Warte, du hast sie gefuckt? Ja. Ich habe sie gefuckt. Ach ja, fuckt. Aber ich hoffe, dass hier viel auf die Story eingegangen wird. Was die Infektion angeht. Also, ich finde sogar, alleine über die Ausbreitung der Infektion könnte man schon alleine einen 5-Stunden-Film machen. Und den fände ich interessant. Also, wo man wirklich sieht, erst der Bereich, dann der Bereich, dann passiert das. Achso, ja, das stimmt. Nur, da macht irgendwie keiner. Dann ist immer, ein Virus ist da. Und da wird nur noch der Messer gezeigt. Eine Stadt ist infiziert. Und dann, im nächsten Film ist die ganze Welt infiziert. Ich bin jetzt irgendwie im Badezimmer. Wo bist du? Ich bin gerade nach oben gegangen. Ich glaube, ich bin ja auch richtig. Stürze gerade so, wenn ich ein Flugzeug habe. Hört sich so an, ne? Weil man hört immer Mayday, Mayday. Aua, aua. Also, wie stark ist die? Level 2. Sollen wir mal Richtung Flugzeug laufen? Ja. Ich würde aber zu gerne mal irgendwie was Alkoholisches trinken, damit, ne? Ah, okay. Damit? Ich wieder voll bin. Ich bin nur am Saufen in dem Spiel. Hier, Manuel. Warte. Hier, äh, liegt jemand für dich. Kannst du von hinten dran? Ah. Äh, kannst du mal bitte kurz weggehen? Ja, klar. Lass dich mal eben allein. Hier ist auch noch ein Torso mit Arsch. Guck mal, der ist gegen die Tür gelingen. Siehst du das? Ich mach die Tür mal auf. Warte. Wupp. Wie geil ist das denn? Wann ist, wenn ich jetzt so dazu mach? Ihhh. Guck mal. Das ist ja blöd. Vollster Matsch. Wie unrealistisch. Ich wusste doch. Ey, da kann man sich nie drauf verlassen, dass die jetzt wirklich tot sind. Das ist echt schlimm. Kontaktiere Sinanomi über Funk. Sinanomi? Ich wusste, dass du es schaffst. Was? Die kommen jetzt hier hin. Oh, oh. Ach so, als Hauptquartier. Ah. I understand. Also kommen jetzt gar keine Zombies. Ich dachte, die kommen jetzt in Schergen. Ne, die wollen jetzt mal eine richtige Hütte haben. Der guckt immer so grimmig. Kleid steht da vor uns. Willkommen auf Bahn Neu. Auf Sendung. Neue Quests Zeit totschlagen. Wir sind live. Und was haben wir hier? Ich kann die Batterie hier nicht aufheben. Ah, jetzt. Ich glaube, wir müssen jetzt mal mit allen gucken auf die Karte, wie viele Quests da sind. Oh Gott. Schnelle Reise. Hier ist eine Map. Hallo. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal alle Quests an. Ja. Hat der eine? Boah. Alter, ich dachte schon, du wirst ein Zombie. Ja. Entschuldigung, jetzt laufe ich die Leiter hoch. Mist. Ja. Aua. Aua. Okay. Ach, cool. Geh zum Leuchtturm und hole den Signal vor Sternen. Proben wir das jetzt erstmal und nehmen dann die nächsten an, oder wie machen wir das? Ich würde sagen, wir nehmen alle an, oder? Ja, wie bei WoW. Oh, der braucht ein paar Zündkerzen. Ja, der redet auch so. Oh, wir können uns hier ein Auto leihen, wenn wir das reparieren. Geil. Ah, für diese Quest wäre es schlau, wenn wir ein Auto hätten, für die hier. Dann, wir müssen nämlich bei der Quest hier Benzin besorgen. Und mit dem Auto kann man halt mehr Benzin transportieren. Findest du? Hat er gesagt. Ach so. Sonst, äh, wüsste ich, äh, den Fuck natürlich gar nicht. Ach so, das ist ja geil. Wir bauen die Basis jetzt hier quasi aus, ne? Ja. Jetzt müssen wir eine Kelly suchen. Ach man. Hä? Oder William? Verstehe ich nicht. Oh, verdammt. Hier ist ein Zombie. Hä? What the hell? Ich sollte hier den Arzt helfen. Okay. Und du hast es vergeigt? Nein, eigentlich nicht. Gut, Mann, jetzt lass mich nach Arbeit. Ey, voll die Items. Oh, geil. Und voll die EP. Krass, nehm ich auch an. Eine Sanitäts-Tasche finden. Oh Gott, jetzt soll man eine Kette suchen. Oh. 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 Dafür riskieren wir unser Leben. Egal. Das, das, ist ja nicht schlimm. Wir bekommen ja Geld. Wir müssen gleich nur mal gucken, welche Quest hier als aktiv setzen. Ähm. Wo können wir das denn, äh, einstellen? Ähm. Gibt's da sowas? Lol. Da geht ja echt. Ist ja, ist ja voll der GTA mit Wegpunkt setzen. Ach ja auch. Und mit, äh, rechts, äh, Klick. Dann, dann kannst du die Map halt, also nach links oder rechts. Ach, oben sind Quests. Mein Schatz. Sieht gefährlich aus, da oben. Ähm, ich glaube, du solltest die Aufnahme stoppen. Die haben erst 10 Minuten. Echt? Kam ich mir halt zu lang vor. Laut meiner Uhr schon. Wohin? Hier ist doch so ein Kartensymbol. Siehst du das? Ach so. Ja, aber ich glaube, der ist unter uns. Kann das? Ich gucke mal. Ich gucke. Demnach hier drin. Ah, alles klar. Handle. Echt? Ah ja, die Gegenstände haben auch, äh, Stufen so quasi, ne? Blaue, grün, lila, orange. Ey, das ist, also, wenn der kein WoW-Fan war, dann, ähm, ne? Weiß ich auch nicht. Ja. Ja, Mist, zu wenig Geld. Aber, man könnte schon ein paar Sachen verkaufen, sehe ich gerade. Das geht? Ja, würde ich dir auch empfehlen. Och, nö, ne? Jetzt soll ich nicht... Oh, Gott sei Dank, man kann mit Enter bestätigen. Gott sei Dank. Ah, stimmt. 10 von 12 habe ich im Inventar. F Handle mit Wayne. Stock. Abbenutzt. Abgenutzt, nicht abbenutzt. 600 Cash. Dollar. Whatever. Und 633 für den, äh, Messing-Schlagring. Ach, benötigt Stufe 4. Okay. Geht sowieso nicht. Was verkaufe ich denn? Ich bin fertig. Was hier denn? Achso, hier war es schon drin. Ah ja. Ich erinnere mich. Aha, okay. Dann lass mal die erste Quest machen. Hast du auch dieselbe Aktiv wie ich? Ähm. Ich denke schon, du gehst gerade genau in die Richtung. Ich glaube, wir machen jetzt gerade die mit der Halskette. Achso. Aber warte mal eben. Ich, äh, guck mal kurz im Inventar, dass ich das da irgendwie reinkriege. Wie geht denn das nochmal? Aber die mit dem Benzin und den... Achso. Machen wir erst, wenn wir das Auto haben oder was, ne? Ja, ja, klar. Das geht, glaube ich, auch nur so. Müssen wir mal gucken. Gucken wir, ob vorne auch Zündkerzen drin sind. Ähm. Auto-Ersatz-Teil. Ah, okay. Hab ich genommen. Gut. Dann laufen wir mal dahin. Und, äh, schauen uns an, wie viele Zombies da auf uns warten. Ah, das ist ja geil, wenn da so eine Open-World-Agention hier ist, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich hab, äh, eher mit, mit... ...dead-Dead-Rising gerechnet. Achso, noch weniger als das. Weißen nur vom, vom Stil her. Aufstieg. Wow. Wow, wow. Hör, schon wieder Aufstieg? Und, bam. Also, an die Leute, die hier gerade zuhören, ich empfehle kein Messer. Das ist einfach zu kurz. Bei längeren ist einfach immer besser als Mann. Naja, es kommt drauf an, wie man damit umgeht. Ja, aber mit so einem kurzen Messer kann ich halt nicht umgehen, Mann. Ich bin, ich bin, was lange gewohnt. Verdammt, hör doch auf. Auto. Ach, hol den, dann haben wir wenigstens ein paar Freunde. Ist man den Inventar voll? Ne, einfach gedrückt halten. Ach, halt, ja stimmt. Ah, okay. Ja, ja, werfen wir gleich das Messer ins Gesicht von denen. Oh, oder das. Das ist ja noch schöner. Oh, guck mal. Sieht so geil aus, Mann. Ins Gesicht treten. Ey, die leben alle. Da musst du am besten hingehen und direkt fortrimmen. Peter. Guck mal. Wow. Oh, guck mal, hinter dir. So, nicht mit mir, Mann. Oh, guck mal. So, wir haben 15 Minuten. Yeah. Ins Gesicht. Ja, ähm. Dann beende ich mal den Part. Bis zum nächsten Part. Ja. Tschö. Tschö. Tschö.